Die YouTuber Menschen mit vielen Gesichtern zeigen was sie können Egal ob Wissenschaft, Let's Plays, Top 10 oder Tanz Jeder findet dort seinen Platz Die YouTuber, Menschen die durch die Welt gehen In jedem Land, in jeder Stadt Alle geben dort ihren Teil Die Zuschauer finden Videos zu jedem Thema Egal ob Wissenschaft, Let's Plays, Top 10 oder Tanz Sie werden geliked und gedisliked zu jedem Zeitpunkt Ich selber bin seit 6 Monaten dabei Mir macht es riesen Spaß Ich arbeite jeden Tag an meinen 2 Channels Und es gibt nichts besseres was man machen kann Außer YouTube zu betreiben Alle geben dort ihren Teil Die Zuschauer finden Videos zu jedem Thema Egal ob Wissenschaft, Let's Plays, Top 10 oder Tanz Sie werden geliked und gedisliked zu jedem Zeitpunkt Abonnenten bekommt man nicht leicht Das verlangt viel Mühe und Zeit Aber mit viel Geduld und Ausdauer wird es was Die Abonnentenaufrufe schießen hoch Und man wird bekannt in jedem Land und in jeder Stadt Ich selber bin seit 6 Monaten dabei Mit YouTube hat jeder eine Chance Mühe und Zeit Und dann kommt man damit auch so weit Ich selber bin seit 6 Monaten dabei Die Weltreise auf YouTube ist spannend und lang Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal